So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... ...Medicator, ich wollte... Okay, ich weiß nicht, ob das da recht sein soll. Das sieht mir irgendwie falsch aus, aber ist ja auch egal. Das letzte Mal... Äh, sie haben MU-Punkte erhalten. Wir haben MU-Punkte erhalten. MU-Punkte können gegen Lohnung für Personal... ...Personal. Die Personal und Materials eingetauscht werden. In der MP-Bewertung sehen sie hier aktuell den MU-Punkte. Oh Gott. Hatte ich die Info nicht schon längst? Wollt ihr mich verarschen? Ach so, da unten rechts. Äh, sie haben MU-Punkte erhalten. Unter MU-Punkte eintauschen können sie ihre Akte in MU-Punkte in Lohnung wie Personalmaterialien eintauschen. Nennen sie ihre Punkte, um bessere Daten, mehr Ressourcen zu erhalten, um die Einmittag weiter wenigstens zu lassen. Okay. Ah ja, okay. Wollte ich mir sogar direkt aussuchen hier, wa? Einfaches Metall, er treibt nur so ein Blut, ne, mit drei Edelmetall. Äh... Da würde ich ja jetzt... Eigentlich... Pass mal auf. Ähm... Eigentlich mal eben, pass mal auf. Erstmal hab ich hier noch ein paar Belohnungen. Boah, mal dieser Scheiß, den man im Spiel machen muss, ne? Ist das stressig. Ich dachte, es wären mehr. Hier bestimmt auch noch ein paar. Ne. Ähm... Was brauche ich denn für den anderen Scheiß hier so ungefähr? Achso. Nebenmetall. Nebenmetall vor allen Dingen. Einfaches Metall, Nebenmetall. Dann hol ich mir einfach mal ein Nebenmetall. Wenn das geht. Wöchentliche Liga. Oh mein Gott, ey. Naja. Dsch. Äh... Blblblblblblblblblbl. Nebenmetall, da. Kann ich mir sogar fast dreimal machen, wa? So. Haben wir noch genau tausend. Oh, nicht schlicht. So. So, oder doch. Achso, da kann ich da... Ne. Achso, ich hätte das bei jedem hier immer so machen können, glaube ich. Naja, egal. Ähm Kratz, kratz, kratz Ja, dann starten wir doch einfach mit der nächsten Mission Das letzte Mal haben wir ja hier die Oh, Missionsrauswahl Ja Achso, Austausch durchgeführt Ja gut Ähm Ah, das ist schon Also auch wenn es Äh Auch wenn es viele Herausforderungsaufgaben sind Das ist schon motivierend Hier vielleicht das auch zu versuchen zu kompletieren, ne So für 100% Wo, da kommen halt die ganzen Spielstunden her Bei den meisten Leuten Wahrscheinlich gibt es ja Leute, die hier, keine Ahnung So 300 Spielstunden eben schwer haben Denkst du so, wat Dauert das Spiel so lange? Nö Einfach nur den ganzen Scheiß, den man hier machen kann Der dauert so lange So Eine Kassette haben wir noch zum Abspielen Ja, das muss weg Muss weg So Irgendwann war ja genau mit der Krankheit Und vor allen Dingen auch mit, ähm Quiet, die damit vielleicht zusammenhängen könnte, ne So haben wir neue externe Aufträge Nein, haben wir nicht Okay Missionsliste, so Jetzt endlich mal hier Auf der Jagd Finden Sie den Menschenländer, der in der Savanne auf der Flucht ist Laut berichten dürfte es nicht einfach sein, dass sie zu finden Oh mein Gott, okay Ja Whatever Gott, den jetzt alleine finden? Verbesserte Versionen, ja Ja Ja, ja So, dann nehmen wir jetzt mal wieder Queite mit Queite What we got in the S fahrzeug ausführen habe ich noch eine neue ganz viel zu groß irgendwie es geht nur darum schnell hinzukommen dass sie haben mir die haltbarkeit auch ziemlich egal weil ich dann auch noch nicht zerstört nach fünf minuten fahren wir nicht mal an holzkisten was können sie sich in außenbass und wachbass befinden können sie mit dem durch schnelles drücken der exe geht also ein tritt mit gewähren und mit sprengstoff zerstören was so ok wusste ich auch noch nicht hunting down Was ist das? Okay, in das Dorf Edati müssen wir. So, ich bin schon da. Ups. So, dann einen Kontrollpunkt haben wir, äh, einen richtigen Punkt haben wir nicht. Edati Abandoned Village. Also müssen da irgendwo hin. Dann bin ich ja perfekt gelandet quasi. Okay, darfst du dich nicht wieder anfahren, sonst bist du wieder böse auf mich. Ah, 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 ah. Wuh, das ist Peachwatch stehen geblieben, ey. So. Ups, vollkommen rausgefallen. Hab ich nicht verstanden. Was ist denn hier? You made it to the Dittati abandoned Village. That's where the enemy PFS coded transmission came from. Just got to be a transmitter. There's somewhere. It could have the Intel file containing the encryption key. Look for an antenna. Antenna. Has been updated. Analyse complete. Analyse complete. Die Welt ist voll Reitblicks und 100 und mehr Macht. Kernkrach. Und das, was die Gerichte beginnt. Das alles. Ja. Ich denke, das ist recht. Plus ein hundertjähriger Amerikanische Indian-Woofmaar. Das verskenn ich mir ein Kernfysikist. Nur 100 Jahre. Nur 100 Jahre. Nur 100 Jahre. Was ist der Zufall? Oh mein Gott, die hören was. Bullshit. Hey, das da oben ist bestimmt ne coole Sache. So, bitteschön. Schwupp. So, pass mal auf. Da hatte ich ja was gesehen. Ich gucke jetzt einfach mal da. Hopp. Ich hab den. Ich tu mal so, als hängt es nicht. Ah, ah, ah. Ich sorge hier für maximale Verwirrung, glaube ich. chroiff. Nur wie der so unruhig war. So. Na! So, ne? Ja, ja Klar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall von. Das geht gar nix anders. Senden Musik. Jetzt mal erstmal. Nein, natürlich nicht. Wovon gehe ich denn aus? Dö, 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 dö. So. Oh, oh. Ähm... Ja. Müsste ich hier gerade erstmal wegkommen. Sorry, wir nehmen ihn nicht mehr. So, wo ist das jetzt? Ah ja, von da nach da will er. Never mind. Komm hier hoch. Gar kein Problem. Seid mal noch gieriger, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Jetzt mal auf, den geh ich einfach direkt da hin. Wie? Ja. Da kann ich ihn mal löschen. Heißt direkt da hinten hin. Ne? Und ihm dann versuchen entgegenzulaufen. Ach, leck mich am Arsch. In der Action, den noch zu erwischen, ne? Das ist schon interessant. Ne, war da gerade noch was? So, ne Waffe wieder. Die Waffe. Wir haben schon lange keine Musik mehr gefunden. Sagte ich das schon mal? Ich würde sie ja hören. Denke ich zumindest. Das Spiel läuft hier gerade sehr flüssig, habe ich das Gefühl. Ich schalte mal auf HD, 60 FPS und guck mal. Jetzt nicht mehr. Hä, 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 hä. Hm, ich hätte natürlich auch einen Wagen nehmen können. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Aber, hey, nicht so wichtig. Oder mein Pferd. Ups. So, hat sogar extra einen Punkt gemarkiert. Jetzt aber auch erst. Wo denn? Irgendwie ja nicht so, ne, Kollege? Oder das hier? Kuschelstellung. Ne, hä? Du hast hier gar keinen Punkt markiert. Scheiße, Lügner. Ist das schon ein Camp hier? Ne, das ist irgendwas anderes hier. Keine Billobude. Ich meine, wir können die Tür mir wahrscheinlich wieder rausholen, ne? Werde ich auch einmal versuchen, aber... Ah, guck mal, wie... Wie gut das wirklich klappt. Bin ich mir auf dem Weg? Nein. Lange nicht. Oh. Ich will jetzt schon mal mich so langsam auf diesen Weg begeben, ne? Wohin ist auch, dass der Weg halt super breit ist, den er voraussichtlich geht, so. Oder führt es direkt nicht, Strat? Ne, ist es nicht. Mitten nirgendwo. Geil. So. Bin ich doch schon mal in der Route hier. Natürlich mit dem Aussehenspunkt, ne? Hättest du mir denn wirklich einen markiert, Kollege? Und wer ist schon mal in der Sache? Der Map hat been updated. Boah, mir ist gerade ein bisschen kalt, muss ich ganz ehrlich sagen. So in echt gerade. Bisschen ausgezeichneter Plattforms, Mensch. Analysis complete. So, wenn wir dir wehren, wär's doch viel zu sein... äh, sei, 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 sei... Wäre doch viel zu einfach. Ja, das wollte ich sagen. Jetzt bin ich auch wieder weg von der Route. Analysis complete. Was ein Scheiß. Okay, dann gehe ich wieder. Ich glaube mal, hier irgendwo lang. Ich würde mal behaupten, dass er noch nicht in einer Dings ist. In diesem Camp da oder was auch immer. Okay. Komischen Wölfe gehen einfach weg. Beachtet mich einfach gar nicht. Wo ist denn der Aussichtspunkt, Mann? Den hätte ich halt jetzt echt gerne so. Aha. Aha. Ähm. Du bist das doch. Du musst das sein. Bei den guten Werten, die du auch hast. Der tut hier bestimmt auch, ne? Äh, was? Jawoll. Ach, ich habe ihn tatsächlich getroffen. Nette Sache. Haha. Jawohl. Piu. Hm. Das sind alles so gute Leute hier, ne? Die will ich alle mitnehmen, bitte. Hihihi. Okay. Warte mal, wozu denn... Warum nicht so? Ein bisschen Krach machen? Ist doch okay. Okay. Ja, okay. Jetzt ist aber wenigstens... ...gute Möglichkeit, ihn zu treffen. Oh Gott. Ist das schlecht, was ich hier anmache? Ich meine, jetzt verstehe ich nicht. Wie ich den letzten Mal getroffen habe. Da habe ich ihn ja irgendwie scheinbar dann so, ne? Hier. Ja, okay. Geht tatsächlich. Wow. Okay. So. Alle mitnehmen, bitte. Oh nein, es regnet. Nein. 90 Prozent. Das heißt, es wird keiner mitkommen. Bei keinem wird es klappen. Ist ja wohl klar. Du musst ihn extraken. So. Und du, mein Kollege, bist ja immer ganz spannend. Oh, diese Helmette. Noch nichts fehlgeschlagen? Oder er kommt noch? Das ist eigentlich nicht wie ich mache. Einfach. Ist ja egal. Die neuen Jagdflieger ist als Stern erfolgreich. Nett. Ähm. Ich hole es trotzdem. Moogschrauber für ein Treffen. Ja, hier. Ich wollte gerade sagen, äh. Wir sind scheinbar alle geglückt, so. Nichts daneben gegangen. Ich bin erstaunt. Man hatte ja nur eine 90-prozentige Chance, ne? Na gut, eine 90-prozentige Chance, dass einer rauskommt. Bei allen müsste man jetzt... Müssen wir mal überlegen. Ja, klar. Neunzehntel quasi, ne? Neunzehntel mal, neunzehntel mal, neunzehntel mal. Ich weiß gar nicht, wie viele das gerade waren. Vier oder fünf. Also hoch fünf, ne? Man sind die hoch fünf oder so. Dann glaube ich rechnet. Da hat man die Wahrscheinlichkeit. Jo, das ist wahrscheinlich geil, dass das alle rauskommt. Das wird dann schon ein bisschen weniger. So. Externe Aufträge. So lange der hier nicht da ist, kann ich das damit machen. Warum kann ich das nicht machen gerade? Mitarbeiter können wir während einer Quarantäne nicht hinlassen. Oh. Okay. Never mind. Ist da noch irgendwas hier? Belohnung. Oh. Wutsch. Ja. Sehr schön. War nicht eine Aufgabe, auch eigentlich irgendwas wegen der Krankheit aktuell? Dass der irgendwie was wissen könnte oder so? Quiet, mach's mich fertig. Ich glaube, ihre Bewertung steigt schneller, wenn wir ihr auch Befehle geben. Aber kann ich ja irgendwie mal nicht. Tötet ja alle, ne? Und ich spiele halt so sneaky, stealthy. Ja, da geht das gar nicht. Fahrt mich am Fahrzeug? Ah, S-Rang. Bang. Ja, guck mal, wenn das unten überhaupt nicht aufsteigt, ne? Die Bewertung von den beiden. Dann sehe ich da irgendwie auch nicht viel. Ne, das war Rang A, nicht Rang A, ups. Ähm, ja, ne, ich weiß nicht so genau. Ähm. Ich kann ihr natürlich Befehle geben, aber dann töten, dann sterben Menschen. Vor allen Dingen konnte ich das jetzt eben auch überhaupt nicht, so. Hat überhaupt nicht die Gelegenheit, sie zu, ihrem Befehl zu geben. Die Zahlen sahen halt echt komisch aus, die goldenen. Die Zahlen sahen halt echt komisch aus. Guinea-Pigs. Das ist was er, von seinen Kindern. Er sagt, er hat ein guter Blick auf die Faktorie in Zoya Madiabulu, wenn er ein paar frische Guinea-Pigs für ihn hat. Along mit einem Mann, ohne eine Face. Seine Instinkte hat ihn gesagt, wie ein Rat er ist. Er sagt, er nicht wert ist, die Geld. Er hat er, dass er weitergeht. Das ist, wenn er nach der NGO-Fahrzeugen hat. Er glaubt, dass in exchange für seine Bewerbs-List, sie können ihn mit einer neuen Identität, woher weit entfernt. Er hat eine Idee, wer er aufsteht. Und er wollte keine Chance nehmen. Ein wahrer Rat. Aber wie wir Döger, er wusste, wenn er Probleme hat. Und etwas anderes. Er sagte, die Spezimien kommen von tief in der Flüge. Wir wissen nicht, was er mit Spezimien betrifft. Aber diese Guinea-Pigs-Symptome matchen, was wir auf der infektenten Mutterbase gesehen haben. Deep in der Flüge. Vielleicht ist es die Klug, wir brauchen, um diese Infektion zu verhindern. Okay, wuff, wuff, wuff. Tut mir leid an dieser Stelle und bellt mal wieder. Aber sie ist schon lange nicht mehr vorgekommen, ne? Elite-Soldaten. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier einige rausgeholt. Hier einige geiler. Piu. 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 A gilt auch schon als Elite-Soldat. Okay. Das war doch mal eine sexy Mission. Doch, doch. Finde ich gut. So. Wir waren mal gespannt, was jetzt kommt. Ich denke mal, ich kann die nächste Mission nochmal ankratzen. Ne? Schon mal reingehen. Boss, wir haben letztendlich von einem unserer Missing-Intel-Team-Members gehört. Er sagt, er hat eine solidere Lied auf der Epidemie in der Mutterbase. Kurze Mitteilung. Kurz und knackig. Gefällt mir. Irgendwas Neues hier. Herausforderungsaufgaben. Immer wieder was Neues. Ja. So. Äh. Der Missionsliste. Unterstützung, ne? Ich hasse es. Unterstützung wird sogar ein paar nette GMP geben, aber die brauche ich eh nicht. Die Ursache. Letztens mitlesen Informationsleben. Die Information, ob die die auf der Mutterbase erinnert. Wow. Ich bin begeistert. Mission accepted. Ob wir mal die Mission genauso kurz ist wie, äh, die... Na komm, hier. Zack, zack, zack. Wie die Missionsbeschreibung. Weil dann schaffe ich das vielleicht noch. Rote Metallfester sind gefüllt mit Treibstoffe, Emissionen oder Kerosene und explodieren daher nach einem Treffen mit deutlicher, mit explosiven Waffen. Ja. Ne? Ist ja zum Glück gar kein, äh, Videospiel-Klischee oder so. Brute cause. Just cause. A member of the intel unit has gotten a lead on the epidemic that's crippling mother base. Problem is, our man has been captured by the PF in his operation area. He's being held at the guard post on the western end of the mine. Boss, we need you to get him out ASAP. Right now, he's only linked to the root cause of the epidemic. Okay. Kein Problem. Ähm. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ach. Sehr schön. Was? Ich wüsste lustig, wenn sie einfach so am Zeitschaden gestorben werden. Ups. Wieder ein paar Bäume fällen in Afrika. So, schon da. Hier irgendwo soll er sich aufhalten. Diesen Bereich. Das ist ja dezent, möchte ich überhaupt nicht. Hm. Sexy, oberkörperfreier Typ. Kann ich hier sogar... Was war das jetzt? Da konnte ich einfach ihre Location entfordern, oder? Okay, wüsste was? Machen wir einfach. Der lebt noch. Ach, da unten war das. Sagen, ich gebe ihr einfach mal ein paar Aufgaben, ne? Ja, geht scheinbar gerade nicht. Wir scannen was rein in unser Gebiet. Nach Leuten. Oh, biebt das also komisch rum. Hat auch was, auf jeden Fall. Achso, das waren sogar zwei. Nevermind. Hat sie ja doch wen getötet beim ersten Mal. Ach, hat der denn... Rock'n'Launch anhand, so sah das gerade aus. Das hat jetzt noch gereicht. Dankeschön. Nicht mich hier anziehen, du. Ach. Alles gut, dann lenken sie die wenigstens ab. Sie kann ja nicht sterben, oder so, ne? Mal wieder überprüfen. Feuer! Enemy presence detected. The map has been updated. Ist jetzt fair gestorben. Feuer! Was haben wir denn hier? Bauplan halten. Oh. Oh. Uh... What? A blood trail. He got out on his own. Where is he now? The map has been updated. Fire! Watch out! Ah! Sie, aber keine weiteren Blutspunden, doch da. Sie kann noch ein bisschen weitermachen da hinten. Wie geht's jetzt denn? Boss got an emergency report from the intel team. A vehicle has fled the guard post heading northwest. The prisoner at the wheel appears to be the target. The target is no longer at the door. Huh! Ja, gut, ne? Ich mein, ich hab ihn ja sogar gehört gerade. Irgendwo da, oder wo. Boss, did you see that explosion? Da ist eine Mine. Hoah! The crash is vehicle. The battle will bring the enemy down on him in no time. The target's in danger. Get to the scene of the crash. Ja, ist doch gut. Da geh jetzt auf jeden Fall noch hin. Falls Mission dann schon vorbei ist. Wow. Dann kriegen wir da vielleicht alles noch in die Folge. Dramatisch. Ich auch lange renne mit der Musik und allem. Und, 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 und. Ich weiß, ob du mich jetzt gesehen hast. In der Action sofort. Zweifle ich aber ein wenig. I'm still breathing. Oh. Sagen, natürlich kann ich... Auf einmal ist er gefangen. Was wollte ich eigentlich sagen? Bisschen dumm. Aber ist ja egal. Ich, ja. Ich wollte gerade sagen, mach bitte. Dann mach ich mal eben das hier. Treffen. Oh, das ist nichts weiter. Oh. Nice fight. I'll send the chopper. Get the target to the RV. Enemy presence detected. I send the chopper. The object has been updated. And I shot for the beauty. Oh. Na moin. Das ist einfach immer wieder schön. Ich will immer wieder Musik haben. Ich dachte echt, er wäre schwarz, aber es ist einfach nur seine Jacke oder so. Oder? Ist er wirklich schwarz? Nee. Aber es war eine Jacke. Ist nicht so leicht zu identifizieren. Ich bin noch schon auf dem Weg. Immer noch 100 Meter. Oh. Da sind gerade Leute. Ballern hier rum. Keine verfolgen mich. Merk schon. Ups. Okay. Das interessiert das Spiel nicht, dass ich gerade abgeballert werde. Aber es ist ja nicht schlimm. Und das Ziel ist sicher. Zeit, um herauszufinden, was die Hölle hinter dieser Epidemie ist. Das war halt interessant, die Mission. Ich würde sagen, kriege ich hier mal irgendwie... Dann kriege ich hier mal wieder Bewertung und so. Fahrzeuge. Ja, 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 ja. Okay, quiet ist einmal gestiegen. So eine nette Sache. Ja, mal gucken, wie ich das jetzt in Zukunft mache. Ich werde auf jeden Fall alle mal mehr Befehle geben und so. Das macht das Ganze ein bisschen entspannender vielleicht auch. Kredits. 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 Mit anderer Musik. Mal gucken, ob da nach der letzten Mission nochmal richtige Kredits kommen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Code Talker. Der Name sagt mir auch was. Okay. Ein paar Leute. Noch ein paar mehr Leute. So, dann kriege ich jetzt... Dann ist jetzt wahrscheinlich die nächste große Mission angesagt, wa? Aber die Folge ist vorbei. Ich hoffe ich komme jetzt einfach hier, ne? Ich hoffe es triggert jetzt nichts. Keine Cutscene oder so. Aber es sieht ganz danach aus, um ehrlich zu sein. Ne, doch nicht. Sehr schön. Ja, das war es. So, ich will mal kurz gucken eben hier, wie die heißt, damit ich da mal kurz nachgucken kann. Code Talker. Okay, die heißt sogar einfach so. Na gut, ne? Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen, ich habe es gefallen. Und bis zur nächsten Folge von. Entschuldigung. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.